Ablauf und wichtige Tipps für die mündliche Überprüfung als Heilpraktikerin für Psychotherapie. Darüber möchte ich heute mit dir sprechen in unserer Rubrik Traumberuf Heilpraktikerin für Psychotherapie. Mein Name ist Dirk, Dirk Schippel. Ich bin ja Initiator der HPA Heilpraktiker Akademie und wir haben uns zur Aufgabe gemacht, gemeinsam mit unseren Schülern psychisches Leid in Deutschland zu minimieren. Und dafür ist es wichtig, dass wir mehr Menschen brauchen, die Freude und wirklich die Passion haben, Menschen zu begleiten, die in Krisen geraten sind. Und deswegen mache ich hier immer an unterschiedlichsten Stellen Videos. Einerseits, was ist das Berufsbild überhaupt? Wie funktioniert das? Wie kann ich mir das vorstellen? Aber auch für Schüler, dass ich euch ein paar Tipps mitgebe, wie heute zum Beispiel zum Thema mündliche Überprüfung oder schriftliche Überprüfung, was danach so. Und auch gleichzeitig ein bisschen so in die Existenzgründung. Wie baue ich mir eine Praxis auf? Darum soll es insgesamt gehen. Und heute soll es mal um die mündliche Überprüfung nochmal gehen. Und ich möchte dir gerne einen Rahmen, ein Bild mitgeben, anhand dessen du dich orientieren kannst. Ich merke immer wieder, dass wenn wir ein Bild vorher haben und uns das vorstellen können, wie eine Überprüfung abläuft, dann geht es uns irgendwie besser. Wir können damit besser umgehen. Und deswegen dachte ich mir, mache ich dazu nochmal ein Video. Also, lass uns kurz schauen. Wir gehen jetzt mal von der Situation aus. Du hast die schriftliche Überprüfung bestanden. Das Video ist übrigens auch für diejenigen interessant, die einen Einblick gewinnen wollen, wie so eine Überprüfung aussieht. Du hast die schriftliche Überprüfung bestanden und viele beschreiben dann erstmal, deswegen ist das bei uns auch so, dass wir die Schüler und Schülerinnen sofort mit Beginn der Ausbildung animieren, zu sprechen, Fachbegriffe zu verwenden, diese neue Sprache, die wir uns dann erlernen, erarbeiten, eben sofort zu nutzen. Warum? Weil ihr dann in der mündlichen Überprüfung sehr gut vorbereitet seid. Aber ich habe das auch schon immer mal wieder erlebt, dass wenn jemand sehr stark auf die schriftliche Überprüfung hinlernt, hin arbeitet und dann mit der schriftlichen Überprüfung fertig ist und jetzt geht es in die mündliche Überprüfung, jetzt soll er selber sprechen. Das ist irgendwie, ich habe es im Kopf, ich weiß, was ich sagen möchte, aber irgendwie kommt das nicht richtig raus, weil ich es doch immer nur still für mich alleine ausgesprochen habe, mitgedacht habe. Aber es ist ganz wichtig, ja, auch wenn du am Anfang deiner Ausbildung stehst, sehr schnell in das eigene Sprechen zu kommen, in das Formulieren, in das Abwägen, in die Anamnese, Diagnostik etc. Dazu, wie gesagt, gibt es jetzt mal so einen kleinen Überblick. Also, wir stellen uns vor, die schriftliche Überprüfung ist bestanden. Dann ist der nächste Step die mündliche Überprüfung. Die mündliche Überprüfung ist unterschiedlich lang, ja, von 15 Minuten, was ich schon mal, das war wirklich allerdings das ganz kürzeste, bis hin zu einer Stunde. Und in den allermeisten Fällen geht es um Folgendes. Du kommst hinein in das Prüfungszimmer. Dort sitzt Amtsarzt, Amtsärztin, noch ein Beisitzer, aber auf jeden Fall möglicherweise dann auch noch ein Protokollant. Und du wirst in den allermeisten Fällen gefragt, Fühlen sie sich heute psychisch und körperlich in der Lage, die Überprüfung zu absolvieren? Dann antwortest du mit Ja. Genau, Ja. Dann hast du häufig die Möglichkeit, dass du ein Klemmbrett und Stift hast, aber nicht überall. Das muss man vorher dann vielleicht auch beim Gesundheitsamt erfragen. Denn, dass du dir möglicherweise Notizen machen darfst. Wir bei uns an der Schule sorgen sofort dafür, dass du ein Anamnese-Kurzschema lernst, dass wir wirklich die ganze Ausbildungszeit mit dir von vornherein üben, damit du dann das im Langzeitgedächtnis hast und auch wenn du aufgeregt bist, dir das in Kurzbuchstaben einfach runterschreiben kannst, sodass du einen Leitfaden für dich hast für die mündliche Überprüfung. Das gibt schon mal ein erstes Gefühl von Sicherheit, gerade weil wir naturgemäß natürlich aufgeregt sind. Und dann schreiben wir dieses Anamnese-Schema in Kurzfassung auf. Dann weißt du, okay, das brauche ich gleich, weil eben in den allermeisten Fällen ein Fallbeispiel in der Überprüfung auch drankommt. Und dann ist es so, das ist jetzt von Prüfer zu Prüfer unterschiedlich, dass dir erstmal kurz etwas berichtet wird. Eine Patientin kommt zu Ihnen in die Sprechstunde und schildert Ihnen das und das und das. Punkt. Dass sie vielleicht sich in letzter Zeit sozial zurückgezogen hat, dass ihre Stimmung irgendwie gedrückt ist, dass sie sich so gar nicht mehr, wie gesagt, mit Freunden treffen mag und sucht bei Ihnen jetzt Hilfe. Also es kann sein, dass die Information noch nicht sehr groß und breit ausgelegt ist. Das hängt, wie gesagt, von Prüfer zu Prüfer ein bisschen davon ab. Und dann ist es so, dass es verschiedene Varianten gibt. Die eine Variante ist, dass ihr jetzt über einen Patienten sprecht. Was meine ich damit? Das bedeutet, dass ihr erstmal in diesem Beispiel sagen könnt, ihr wiederholt nochmal das. Also habe ich richtig verstanden, zu mir in die Praxis kommt eine... Um mir ein ausführliches Bild von meiner Patientin, von meinem Patienten zu machen, möchte ich gern eine fundierte Anamnese und Diagnostik inklusive psychopathologischem Befund erheben. Da sind die Prüfer meistens sehr froh drüber, dass du das fundiert machen möchtest. Und dann kannst du die Anamnese durchgehen. Und jetzt ist es auch wieder unterschiedlich. Manche Prüfer wünschen sich eher speziell den psychopathologischen Befund. Manche knüpfen auch vorher schon an der Anamnese. Also sprich Familienanamnese, biografische Anamnese. Also die wollen noch mehr anamnestische Daten haben und fragen manchmal eben auch rein. Ich gebe mal ein Beispiel. Beispiel, wenn du jetzt den psychopathologischen Befund erhebst, für die, die jetzt in der Ausbildung sind und die kurz vor der Prüfung sind, die wissen das alles schon. Ja, wenn du jetzt neu bist, nicht erschrecken, alles gut, das lernt man eben dann. Zum Beispiel im Bereich der Bewusstseinsstörung. Ist da etwas auffällig? Ist mir etwas aufgefallen? Und dann sagt der Prüfer vielleicht ja oder nein. Dann sagt er jetzt als Beispiel nein. Um auf unser Fallbeispiel zurückzukommen. Nein, nichts auffällig. Dann kann der aber fragen, was verstehen Sie denn unter Bewusstseinsstörung? Welche Bewusstseinsstörung kennen Sie denn? Und dann antwortest du, es gibt auf der einen Seite quantitative Bewusstseinsstörungen. Das unterteilt sich nach dem Grad der Wachheit. Ob jemand ganz klar vor mir sitzt, ich ihn klar wahrnehmen kann. Ob er benommen wirkt, ob er somnolent, schläfrig wirkt oder soporisch, das heißt nur noch so ein Schmerzreiz, wirklich aufweckbar, wird im Rettungsdienst viel gemacht. Oder ob er komatös ist. Komatös, dann wäre er nicht vor dir. Klar, Grad der Wachheit, quantitativ. Und auf der anderen Seite gibt es qualitative Bewusstseinsstörungen. Zum Beispiel die Bewusstseinseintrübung, wie sie beim Alkoholentzugsdelir vorkommt und dann erklärst du das. So, dann hast du diesen Punkt möglicherweise dann schon abgeklärt, aber der Prüfer kann vielleicht ein bisschen nachfragen. Und nutze die Zeit, wenn du etwas weißt, dass du es ausführlich auch darstellst. Und schau mal kurz, wie der Prüfer dann auch reagiert. Und dann gehst du das Fallbeispiel weiter, zum Beispiel im Bereich Orientierungsstörung. Ist dort etwas auffällig? Ja, wie würden Sie das denn fragen? Ja, so würde man über einen Patienten dann sprechen. Man spricht drüber und zwischendrin könnte der Prüfer aber auch in eine Perspektive wechseln. Ja, wie würden Sie das fragen? Ja, geben Sie mir ein paar Fragen. Stellen Sie sich kurz vor, ich bin der Patient, die Patientin. Stellen Sie mir mal ein paar Fragen. Also, nochmal, man kann einerseits über eine Person sprechen, zu ihnen in die Praxis kommt. Okay, ist etwas auffällig in dem Bereich? Ist etwas auffällig in dem Bereich? Ja, nein, nein, was? Und dann geht das ganze Zeit so weiter, wenn du deine komplette Anamnese und Diagnostik gemacht hast, dass du dann auch eine Verdachtsdiagnose stellen sollst. Ja, so. Oder zwischendrin, wie gesagt, wird so getan, so jetzt, wie würden Sie das den Patienten denn fragen? Deswegen macht es auch Sinn, ein bisschen die Reihenfolge der Anamnese und Diagnostik zu durchdenken. Also, ich weiß, manche, die, ich sage ja immer, wer nicht nach Suizidalität fragt, in dem kompletten Anamnese-Gespräch, das ist wie ein Kunstfehler, ja. Aber es macht nicht so viel Sinn, nur weil du die Frage kommst, ich darf sie nicht vergessen, ich darf sie nicht vergessen, also frage ich sofort danach, da könnte dein Prüfer sagen, würden Sie das in echt auch so machen, dass Sie Ihren Patienten gerade mal kurz kennengelernt haben und Sie würden ihn sofort nach Suizidalität fragen? Also, es geht auch schon um dieses praktische Eindenken in eine Überprüfung, ja. Und dann kann es eben sein, dass erstens du ein Fallbeispiel bekommst, es kann sein, dass du noch ein weiteres Fallbeispiel bekommst, es kann sein, dass ihr aufgrund dessen, wie ich es gerade beschrieben habe, was versteht man in Bewusstseinsstörungen und wenn ihr in den verschiedenen Bereichen seid, dass dann eben gefragt wird, okay, welche Persönlichkeitsstörung kennen Sie denn noch? Wie zeichnet sich das und das aus? Also, dass man dann eben von dort aus nochmal tiefer einsteigt. Was wir bei uns ganz spezifisch üben und dazu möchte ich dich einladen, ich hoffe, du hast das auch schon gemacht, wenn du soweit bist, ist, ich nenne das immer bei uns Inhaltselemente. Das heißt, wenn du zum Beispiel jemanden hast, eine Kategorie, jetzt sagen wir mal ein depressiver Patient oder du hast jemanden mit zum Beispiel einer Demenz, ich mache mal das Beispiel, eine Demenz und du fragst ab, ja, Orientierungsstörung ist auffällig, wie prüfen sie das ab? Ja, es gibt da ein Schema, ZSOP, zeitliche Orientierung, situative Orientierung, örtliche Orientierung und als letztes geht die Orientierung zur eigenen Person verloren. Okay, Gedächtnisstörung, ja, ist auch. Und dann kann es ja sein, okay, entweder sagt der Prüfer nichts oder er fragt, wie würden Sie jetzt weiter vorgehen? Und häufig habe ich so die Erfahrung gemacht, früher, dass dann so Fragen fehlen, wie kann ich jetzt tiefer eintauchen? Und wir haben jetzt zwei Möglichkeiten aus meiner Sicht. Entweder in Anamnese und Diagnostik, wenn da etwas auffällig war, markieren wir uns das, sagen, okay, Orientierungsstörung, Gedächtnisstörung, Auffassung, Konzentration war auffällig, markiere ich mir und sage, auf diese Punkte habe ich mir jetzt markiert, dass wir Auffälligkeiten haben, auf diese Punkte komme ich später nochmal zurück. Ich würde gerne nochmal die Anamnese-Diagnostik komplett abschließen, damit ich wirklich alles im Blick habe. Dann machst du das und gehst dann auf die Punkte zurück oder du gehst direkt auf die Punkte ein. Und jetzt brauchst du, deswegen nenne ich das immer Inhaltselement. Was meine ich mit Inhaltselement? Inhaltselement heißt, wenn jetzt in der Psychopathologie, sorry, dass es gerade so fachlich wird, ja, aber das lernst du, wenn du noch nicht dabei bist, dann lernst du das alles. In der Psychopathologie gibt es dann zum Beispiel Orientierungsstörung, Auffassung, Konzentration, Gedächtnisstörung. Und dann lohnt es sich zu wissen, dass es zum Beispiel im Bereich der Demenz den sogenannten MMST, Mini Mental Status Test gibt, der aus verschiedensten Fragestellungen zum Thema Orientierung, Gedächtnis erinnern, Auffassung, also verschiedenste Bereiche eben überprüft und die hast du dann drauf. Die hast du drauf, die hast du im Kopf und die repräsentierst du dann. Warum? Weil du wirkst dann eben unglaublich fundiert. Du wirkst fundiert, weil du weißt, okay, wir sind jetzt in diesem Bereich. Ich habe so einen Verdacht in Richtung Demenz. Ich habe einen Test im Kopf, Testpsychologie. Deswegen ist das bei uns so, dass du wirklich bei jedem Bereich eben Fragen bekommst, in die du dann tiefer eintauchen kannst. Warum? Weil das eben fundiert dann eben dich zeigt und es zeigt, dass du etwas gelernt hast. Und dieser MMST-Test ist zum Beispiel in diesem Bereich extrem sinnvoll. Du machst die ganze Batterie durch an Fragen und kannst dann deine Verdachtsdiagnose eben in diese Richtung stärken. Ja, also das ist etwas, was ganz wichtig ist aus meiner Sicht und das früh zu üben. Ja, von vornherein. Auch wenn du gerade in der Ausbildung anfängst, immer wieder ins Sprechen zu kommen, um das zu üben, weil erfahrungsgemäß ist es so, dass die Schüler und Schülerinnen eher mehr Respekt haben vor der mündlichen Überprüfung als vor der schriftlichen Überprüfung. Und gerade wenn du da mit Aufregung zu tun hast, sorgen wir dafür, wenn du möchtest, dass wir dich von vornherein darauf so fokussieren, dir das ins Langzeitgedächtnis einbringen lassen. Du weißt, was auf dich zukommt und gewinnst dann eine größere Sicherheit. Und dann sinkt die Aufregung und wir haben mehr Synapsen frei für Kreativität. Für Kreativität, uns kommt mehr, uns wird das dann einfach klarer. So, dann würde ich dir noch empfehlen, weil es so ist, dass in manchen Prüfungssituationen es der Fall sein kann, dass du, nachdem du gefragt wirst, ob du körperlich und psychisch in der Lage bist, die Überprüfung anzutreten, danach gefragt wirst, das geht auch so ein bisschen um, die ein bisschen zu beruhigen, um schon mal ins Sprechen zu kommen, warum möchten sie denn Heilpraktikerin für Psychotherapie werden? Wozu brauchen sie den Schein? Auch das üben wir bei uns zum Beispiel in Form der eigenen Story. Und da ist es wichtig, dass wir auf ein paar Dinge achten. Zum Beispiel, dass wir nicht zu sehr in einen esoterischen Bereich gehen. Wir müssen uns immer vorstellen, dass das letztendlich auch, ich sage es jetzt mal, eine sachliche Überprüfung ist. Und du eben zeigen sollst, dass du keine Gefahr darstellst. Es gibt diesen Bereich, dazu habe ich übrigens ein eigenes YouTube-Video gemacht, zum Thema spirituelle Psychotherapie und wie mittlerweile wissenschaftlich das wir auch evaluiert haben und wie weit das eine Rolle spielen kann. Ich möchte dich trotzdem bitten, das in der Überprüfung so nicht direkt anzuwenden. Und trotzdem, und das ist mir nochmal wichtig, gerade weil ja gerade so bestimmte Menschen dann auf dieses Berufsbild so ein bisschen kritisch sehen, wir arbeiten immer mit einer fundierten Anamnese und Diagnostik, wie es eben Psychiater oder eben auch psychologische Psychotherapeuten genauso machen. Wir wollen ganz fundiert arbeiten. Das ist mir nochmal ganz, ganz wichtig. Und deswegen überlege dir aber auch schon deine Geschichte. Was ist dein Weg bisher gewesen? Ist das stimmig in der Präsentation? Ja, dazu gebe ich unseren Schülern zum Beispiel immer direktes Feedback. Das macht total Sinn. Auch wenn du beispielsweise im Bereich, jetzt mal ein Beispiel, Hypnose arbeitest und du sagst zum Beispiel, ja, ich arbeite bisher als Hypnose-Coach und biete Raucherentwöhnung an und möchte das zukünftig noch auf andere Beine stellen und möchte noch mehr machen und so weiter, dann musst du da sehr, sehr vorsichtig sein. Hast du schon eine Idee, warum? Rauchen ist eine psychische Erkrankung. Die Nikotinabhängigkeit findet sich in F1 bei den Psychotropen-Substanzen. Das heißt, wir haben eine Störung mit Krankheitswert. Störung mit Krankheitswert bedeutet, dass wir eine Therapieerlaubnis, eine Psychotherapieerlaubnis benötigen. Und das bekommst du in Deutschland nur, eben wenn du akademisch-psychologischer Psychotherapeut, Arzt oder Heilpraktiker für Psychotherapie wirst. Du darfst sowas eigentlich nicht machen. Und deswegen finde ich das auch wichtig, dass wir da eine klare Abgrenzung haben. Aber nichtsdestotrotz liest man das ab und zu. Und deswegen wäre ich dir dankbar, wenn du da oder für dich wichtig, dass du an dieser Stelle dazu sehr, sehr vorsichtig bist. Und daran siehst du, dass es eine ganze Menge an kleinen und auch größeren Fallstricken gibt, die man aber gut im Vorfeld vorbereiten kann. Und wer gut vorbereitet ist, und ich liebe Strukturen, weil dann können wir uns an etwas festhalten. Deswegen auch immer die Überlegung, dass ich unbedingt darauf achte bei unseren Schülern, dass sie immer den gleichen Denkpfad gehen. Also das heißt, wenn jetzt so ein Fallbeispiel kommt, in welchem Bereich bin ich denn? Ich mache den psychopathologischen Befund, die Anamnese und Diagnostik und gucke dann, okay, ich bin im Bereich ICD-10-F3. Ich bin in dem Bereich depressive Erkrankung. Was gibt es da? Leichte depressive Episode, mittelgradig schwere depressive Episode. Aha, es gibt diese depressiven Episoden, gerade wenn sie schwerer sind, mit oder ohne psychotische Symptome. Es gibt auch noch das sogenannte somatische Syndrom. Und so machst du deine Synapsen richtig warm, ja, und wenn du diesen Pfad von vornherein übst, immer den gleichen Pfad zu gehen, bist du nachher sehr gut vorbereitet und sehr strukturiert und wirkst auch sehr fundiert, was es braucht. Du brauchst eine Systematik, anstatt dass du sonst in deinem Kopf suchst, so ging es mir mal, dass ich am Anfang dachte, wo fange ich denn an, wo geht es los? Ja, und deswegen immer versuchen, den gleichen Zugangsweg zu gehen. Die gleiche, wie du losläufst, stell dir vor, so ein Lauf, so ein Marathonlauf und wie du läufst, läufst, das weißt du immer. Und dann guckt man nachher, von wo man es, sollte man beim Marathonlauf nicht machen, du sollst immer die richtige Richtung laufen. Aber von dort aus haben wir dann Abzweigungen, von wo wir gehen können, je nachdem, wie sich das beispielsweise Fallbeispiel dann auch gestaltet. So, ich hoffe, das waren ein paar wichtige Tipps für dich, für die mündliche Überprüfung. Wenn es dir gefallen hat, wäre ich dir total dankbar, wenn du dem ganzen Video einen Daumen nach oben geben könntest und den Kanal abonnierst, das ist völlig kostenfrei. Und ich wäre dir total dankbar, wenn du das Video vielleicht siehst und du schon vielleicht fertig bist oder du bei deinem Gesundheitsamt noch etwas Spezielles gehört hast, da würden sich alle drüber freuen. Kommentier das mal, kommentier mal, was bei dir vielleicht noch dran gekommen ist, sodass es vielleicht anderen hilft. Weil wir sind doch, finde ich, eine Gemeinschaft, die uns gegenseitig unterstützen kann und dafür sollten wir, finde ich, auch jetzt vielleicht diesen Kanal nutzen. Deswegen kommentiere gerne oder sag irgendwas, gib Feedback, wie du willst, aber hilf den anderen, indem du ihnen zeigst, was vielleicht dran gekommen ist, was du mal gehört hast und dann sind wir alle besser vorbereitet. In diesem Sinne, ich wünsche dir eine ganz schöne Woche und sag auf bald, dein Dirk. Bis zum nächsten Mal.